Auf dem Körper des gestern in Ägypten tot aufgefundenen italienischen Studenten Giulio Regini sind Foltermale gefunden worden. Das meldet die ägyptische Presse. Der 28-Jährige war am 25. Januar entführt worden. Seine Leiche war in einem Loch an einer Straße in der ägyptischen Hauptstadt Kairo verscharrt gewesen und gestern von Anwohnern gefunden worden.